Die Pipes rennen hier immer noch hinter... Moment her. Ähm, erstmal muss ich da. Erstmal brauche ich ja den Dust. Ah guck mal, den fehlt noch, deswegen. Das war das Problem. Hm. So, 35, 11 Minuten hatte ich erst da. Oder? Ähm. Moment. Mal kurz schauen. Acht Minuten. Okay. Bis 27 dann, Alter. Hm. Warum habe ich mir die eigentlich bestellt? Hm. Weg. Hä? Boah, der Serverdick. Ein bisschen rum. Hm. Ach so, jetzt weiß ich warum. Was das Problem ist. Und zwar, das kann ich ja jetzt nicht mehr zurückschicken, weil das nicht mehr verbunden ist. Also. Ist das egal. Spider-Man hat sich wehgetan. Ach, ich habe nur einen bestellt, ne? Und da ist der zweite. Komm her. Beifuß. Du, 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 du. Ähm. Schmelzen. Hier hatte ich auch schon was drin. Fleisch. Hier hatte ich auch schon was drin. Und da auch. Ähm. Einen. Einen. Elektrik-Fernatzer. Upgrades. Zwei davon. Davon war ja auch noch zwei. Nach vorn muss ich hier mal die Verbindung wieder unterbrechen. Sonst. Ich hau das gleich wieder ab. Du, 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 du. Du, 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 du. Oder war das zu lang? Soll ich da vielleicht eine Teleportpipe nehmen? Glaub ja, ne? Hm. Oh, so nach oben hin. Oder mal lieber Goldpipes dazwischen legen. War auch so eine Idee. Erstmal. Dafür bräuchte ich noch eine andere Ender-Pouch wieder. Noch eine dritte. Haha. Und zwar die grüne Art hier. Zack. Habe ich mal alles weg. Ah, guck mal. Ähm, hier hatte ich keinen Platz mehr drin, ne? Doch. Aber auf was hatte ich gewartet? Na ja, die hier. Da waren sie doch alle. Du, du, du du. Bäm! Ein Stück. Zack. 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 Jetzt. du 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 so ich glaube die werden reichen erstmal aber erstmal stecke ich sie da oben rein wie gesagt alles was ich nicht brauchen dass ich erstmal in die restekisten landen was wir da haben das kann weg das 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 kann auch immer weg der kann weg kommt weg dir denn 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 dann speichern wir das noch mal schnell ein dün 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 erst mal wegnehmen sonst macht das wieder bom 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 habe ich auch keine lust drauf ok ich hätte doch zwei transformer bestellt macht das alles gut dann so so man ist das ding langsam dafür die upgrades muss ich wirklich noch mal einspeichern also soweit es geht und zack alles klar haben wir das auch scheiße gold gold ein erreicht zack ach wieso request ich mir die eigentlich wenn ich schneller da bin als die da ist weil die alle hier hinten drin liegen glaube ich ähm gold pipe waterproof waterproof alles mal waterproof pipes die gold pipes sind wahrscheinlich oben gelandet oder und dann würde die ja nicht so lange brauchen bis sie da ist hübs ja ich weiß die folgen sind bestimmt jetzt ein bisschen langweilig aber naja ähm das sind auch keine und hier noch mehr ach man extra war das wollte schon sagen maserator da ist sie hab sie war ich nicht Falscher Eingang, ja, ich sollte mal einen Wegweiser irgendwo hinmachen. So, ähm, nein, der war das nicht, der war das, aber wäre ja auch egal gewesen jetzt. Zack. Und, tschüss, hau bloß ab, ich will dich nie wieder sehen, oder später irgendwann. Oh, gerade dunkel. So, ein bisschen Zeit haben wir noch, ich wollte ein Dorf suchen gehen. Aber ich glaube, ich lade erstmal meine Rüstung auf. Bringt mir ja was. Boah ey, ich sitze aber gerade wieder am Längen. So, dann nochmal schnell runter. So, Strom versuchen wir hier. Die sind so gut wie leer. Die sind alle rammelvoll wahrscheinlich, ja. Zack. Okay. Das Ding ist voll. Das auch. Das nicht. Das ist leer. Und das. voll. Ne, noch nicht voll. Oh man ey. Es ist voll. Okay. Und das auch. Alles klar. So. So. Jetzt haben wir wieder volle Rüstung. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Leck. So. Karotten suchen. Äpfel habe ich auch keine. Und. Gute Nacht. Eee. Kann man denn eigentlich mit Juju auch Äpfel machen? Juju. Glaub nicht, ne. Boah. Ne, ne. Führern zu kommen ist auch schwer. Ähm. No. Heine Axt, glaube ich ja. Dabei kann ich unterwegs bei mir kloppen gehen. Boah. Natürlich leckt das noch ein bisschen rum. Ne, welche Richtung war ich denn noch nicht? Ich geh mal in die Richtung. Wollte schon sagen die, wir kommen nicht in der im Laden. Hier ist so eine kleine Schlucht. Dedelele. Dedelele. Em. T slash. Home. Macht da alles klar. Boah. Ich hab hier nämlich keinen Wortpunkt. Das ist das ja. die rechte wollte ich doch gar nicht wieder hinten wollte ich money schon schön so schnell zu sein schnell als die welt richtig laden kann so gut wenn es auf ist lädt er meistens schneller naja clouds on ok ist das denn auch komische eingang und sich kaum was lebt hat meine mini map an guckt sieht das voll aus weiß nicht was müsste mal rauf gucken sieht aus wie so ein komisches tier oder so da seht ihr das tier und er ist nicht mehr ach guck mal hier noch so ein portal und drin ich muss hier auf jeden fall aufpassen guck mal mit ruhe und ich schleudere mich auch noch zurück ist klar hallo geh auf ah Bücher bann auf alt vor bus bla 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 ähm jo nein raus hier aus der Tür bin ich gekommen nein da bin ich gar nicht durchgekommen ach ich bin eins zu weit gegangen bis dann